So, wir sind heute mal auf dem Weg zu den Flamingos, wenn wir was anderes sehen wollten, als wie immer die Strände. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die in der Hauptsaison überhaupt finden können. Und ich nehme ihn auch einfach mit der Kamera mal ein bisschen mit. So, wir haben es jetzt schon geschafft bis zu dem Strand, wo die Flamingos sind. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein paar finden. Hinten sieht man das Meer wieder. Ich fühle mich gerade an, es ist ein bisschen mehr. Ja, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, Grabe. Falsches Land. Auf dem Stein war eine kleine Grabe. Das ist ein Krebs, da läuft er gerade zum Stein. Stimmt, da sieht man es. Ich sehe ihn gar nicht. Doch, mehrere. Sie laufen schräg. Das sind Fische. Ich sehe keinen. Doch, da hinten läuft sie doch. Das ist ein ganz großes. Das ist Fische. Ganz großes sogar. Stimmt ja. Und funktioniert die Doppelleine? Ja, er zieht halt nur extrem. Ja, das macht er immer. Oh, weil ich so einen langen Arm habe. Schau mal da. Da guckt sie uns gerade an. Wo? Ach, stimmt. Da ist eine große und eine kleine. Oh, eine Baby-Cubbie. Lasschen. Ciao, siehen. Uuuuh, tschau. Sie sieht denn da aus? Umher. Komm, weck mal, Tali. Drei. Tali, komm. Jetzt versuchen wir ihn mit Leuchter einzufangen. Da kennt man ihn. Auch ganz klein. Oder Krebssuche. Charlie, beruhig dich doch mal. Oh! Viel wärmer als im Frühjahr. Da sind sogar Muscheln. Wir haben einen Finger gefunden mit ganz vielen Graben drin. Ich glaube, das ist so ein Tumpe. Das sind eier. Ja. Wo ist es? Ja. Da ist eine. Guck da. Ja. Guck da. Ja. Vielen Dank.